jo leute ich bin es wieder der passi heute machen wir mal was ganz besonderes und zwar spielen wir die gefeatured levels die von ja genau den creator von dem spiel hier reingetan hat also rubox ich weiß jetzt nicht den namen von denen aber auf jeden fall sind das hier gefeatured und ziemlich gute levels bei dem er auch gerne bekommt aber einige sind natürlich schwer wie dieses hier antipixel los geht's ich werde da immer noch immer so 50 versuche machen okay also mein bisheriger rekord ist 25 mal sehen ob ich ihn knacke das wäre das maximale was ich bekomme es ist nämlich echt schwer nein okay wir müssen also wir müssen ausweichen und zwar so gut wie möglich okay nein jetzt hat er mich verwirrt fuck du troll man scheiße ist echt schwer mann ist das ein ernst sorry nein nicht schon wieder nein das ist echt schwer Ach, Mann. Äh. Äh. Gut. Scheiße, jetzt sterbe ich an der Stelle und ich bin genau da, wo ich gestorben bin. Nice. Die Münzen lasse ich mal Münzen sein. Oh, war. Ist echt schwer. Bäm. Nö. Das ist echt ein ganz schönes Troll-Level, I must say. Jetzt rede ich schon Englisch. Muss ich sagen. Nein. Warum hüpfst du nicht? Bip. 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 Ich hab getrönt. Oh. Mann, der Anfang ist so scheißen. Den hasse ich. Den will ich nicht. Geh weg. Gut. Boah, nice. Scheiße. Oh. Was willst du von mir? Ich hab übrigens im Geometry Dash nochmal privat gespielt. Also wirklich sehr oft. Und hab so einige Level... Fast geschafft. Blast Processing. Da bin ich jetzt bei 85%. Blast Processing. Das ist ein 10-Sterne-Level. Fuck it. Ah. Und die Musik ist dort richtig geil. Ach ja. Und ich hab... Ähm... Im privaten... Can't let go. So... Geschafft. Nach 600 Attempts. Was? So helle. Ähm... 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 Ich stehe mich wieder da! Ähm... Mann... Ja genau. Und bei 50%... Äh... 50... Bei 50 Versuchen... Ähm... Nach 50 Versuchen werde ich dann ähm... Das Level... Bei Bracktisch Mode machen. Damit ihr das Level dann sehen tut. Mann, ich bin so ein Noob! Ja. Mit gebach! aber ich bin weitergekommen ich habe wenigstens schon mal mein rekord gebrochen das ist das beste und wie wir da so langsam läuft nein nein mann warum knallst du dich dort an die farben verwirren mich auch das habe ich nicht berührt das habe ich nicht berührt ich frage mich wie die so ein level kreaten können ziemlich epic was hat ganz kurz geleckt und hüpfen ich will noch bis 35 mann aber das level ist auch schwer sechs sterne ist nicht ohne ist nicht ohne leute ich hoffe ihr stimmt mir zu mann übrigens ich bin gerade im schulheim also es kann sein dass vielleicht mal irgendwann mal jemand hier reinkommt ein schüler oder so was ein freund aber das werde ich wahrscheinlich rausschneiden wenn ich mich selber vielleicht lass ich es auch drin als outtake keine ahnung mann mörser 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 ok gut naja klar hier oben ich hasse das wenn es auf dem kopf steht habe ich das schon mal erzählt ich glaube schon oft genug ha jetzt habe ich nicht gehüpft man jetzt habe ich nicht gehüpft bin ich nicht gehüpft lehrn deutsch du bist deutscher also krumm Letzter Versuch. Jetzt schoffelt das Level. Was mache ich da? Oh, was habe ich gemacht? Nein! Ich habe die Münze geholt. Mann! Okay, praktisch, Mutleute. Wie das eigentlich noch weiterläuft? Wie machen wir das? Nein! Boah, was habe ich jetzt gemacht? Münze, bringt mir nichts. Lalalalalala. Nein! Oh. Nice. Aber wo gehe ich hin? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Mann! Alter! Alter! Du, 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 du. Da, 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 da. Uah, wo bin ich? Was? Ich habe doch... Hä? Ich habe jetzt keine Ahnung, was los war. Was ist das denn? Ach, Mann. Nein! 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 Ach, Mann! Hör auf, dich anzuknallen! Hör auf, dich anzuknallen! Hör auf, dich anzuknallen! Diese Kack-Dinger, ey! Ich kann Schütter nicht machen, ey! Hör auf, dich anzuknallen! Hä? Ach so. Ja, jetzt! War ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich... Oh Gott. Äh! Äh! Oh Gott! Wie mache ich denn das? Nein! Nein! Okay, ich dachte schon. Hä? Hä? Okay. Hüpfen? Hüpfen? Pfff! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Ach so, okay. Okay, das Level war echt wow. Ja, okay, das war Antipixel, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sage ich jetzt mal, bis bald und schau.